Was bedeutet für Sie Unternehmertum? Dass ich schnell und ungehindert meine kreativen Ideen umsetzen kann. Wer ist Ihr Vorbild und warum? Ach, ich habe mehrere Vorbilder. Es gibt zahlreiche Menschen, die mich beeinflusst haben, bei denen ich etwas gelernt habe. Aber so ein ganz Spezielles habe ich eigentlich nicht. Was macht einen guten Unternehmer aus? Mein Unternehmer muss durchsetzungsstark sein, kreativ, mitarbeiterorientiert. Ich wurde Unternehmer, weil? Weil ich aus einem Familienunternehmen stamme und weil es der schönste Beruf der Welt ist. Was war Ihr erster Erfolg als Unternehmer? Ich glaube, dass ich jetzt an der Bewältigung der Krise letztes Jahr mitarbeiten durfte. Und was war Ihr größter Fehler? Fragen Sie mich in zehn Jahren. Vielen Dank.